Ja, die warten da auf Futter. Ich habe sie rausgesperrt. Raufe ist leer. So, der Dachkennel hängt da noch mit Gebälle nach vorne. Sollte das Wasser alles vorne rauslaufen. Und nicht wie vorher, da auf meinem Platz und dann über die Platzentwässerung ins Gülle-Loch. Speziell wenn ich da die Kühe habe während 5 Monaten. Sollte das Wasser. Sollte das Wasser fürs Scheiß. Sollte das Wasser machen. Sollte das Wasser Wasser. Sollte das Wasser. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.